ja moin und herzlich willkommen zum neuen video hat schon wieder länger gedauert als gedacht aber ich war jetzt eine woche lang am ballen fahren jeden tag 40 50 ballen irgendwo zusammengesammelt da kommt die logistik wieder bei mir ins spiel mit die in soltau sind zwölf kilometer in die einen richtung in hermannsburg zwölf kilometer die richtung hier und da aber so langsam liegt sich auch auf dem hof ich habe hier endlich die ballen mal vernünftig unter dem schirm gestapelt das hatte ich ja beim vorletzten mal einfach nur drunter geschmissen weil der regen im anmarsch war das sieht jetzt auch alles wieder ordentlich aus und wie ihr uns schwer erkennen können denkt der schwale schon wieder daran und die presse habe ich auch angebaut sprich es geht heute zum sparten zum pressen dadurch dass jetzt die hier in wietzendorf das kartoffel fieber ausgebrochen ist stehen sie alle auf den kartoffel oder und dadurch sind mir jetzt noch mal sieben hektar zugefallen die ich einfach nur noch schwaden und pressen braucht und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen werde ich mir das jetzt noch mal weg holen das ist der plan jetzt meine frau nimmt den schwader und den 110er und ich fahre direkt mit der presswickel kombination hinterher und dann sollte das ganz gut gehen also heute mache ich die das fünf hektar stück da ist es schon fertig da kann ich auch direkt pressen und heute nachmittag werde ich die restlichen zwei hektar auf zwei stücken verteilt noch mal schwaden noch mal bis morgen liegen lassen und dann morgen späten vormittag aufpressen dann habe ich das ob es heu wird ob ich es einwickel das werde ich den sehen ich werde ich mein messgerät reinstecken ja und ich kann dann vielleicht auch noch mal die presse im detail zeigen dass ich die maschinen vorstellung noch mal abschließe dass sie noch mal im einsatz ein bisschen vorstellen und zeigen kann jetzt weiß ich ja wie sie funktioniert ja angekommen meine frau schon mit dem schwad unterwegs wie das gerade einmal gezeigt wie das geht wird schon schief gehen und ich stehe hier mit der presse hinten dran dann werden wir jetzt einmal anfangen zu pressen besonders viel ist nicht drauf aber fünf hektar ein bisschen was wir zusammenkommen das zweiter schnitt trocken ist das schon wo schon zweimal gewendet da passiert jetzt nicht mehr viel mit genau die schattenseiten lassen sich noch liegen hier liegt schon das erste schwad quasi die werde ich dann zum schluss runter pressen fangen jetzt quasi aus der mitte heraus an und ja wenn wir die presse mal zum einsatz ja ich mache mir ganz gerne die klappe auf dass ich alles im blick hat und das ist noch nicht so intelligent dass sie einem jeden fehler quasi aufzeigen habe ich das gerne im blick was macht was macht die rolle was macht er das besser das abschlagmesser und wie formt sich der ball da drunter bin ich noch ein bisschen ein bisschen vorsichtig aber grundsätzlich leuchtet schon ziemlich automatisch in diesem Fall zeige ich gleich auch noch mal die 8-4-Kombination von 9-2-Festkammer-Treppe wie gesagt die heckklappe geht auf und zu dann hat er unter der heckklappe ein arm den aus der heckklappe rausschmeißt dann liegt er quasi hier drauf und der arm schmeißt ihn dann auf den tisch und stellt ihn dann gerade in dem in der phase jetzt könnte ich schon weiterfahren der arm würde sich dann hier wieder zurückklappen der tisch stellt sich gerade und der ballen kann gewickelt werden aber wickeln muss ich gar nicht zwölfeinhalb prozent sprich schmeißt den gleich einmal so raus und dann ist gut also wickeln werde ich heute nicht ja dann geht das mal so weiter ich glaube man kann was sehen der Anzeige zeigt jetzt 90% ballenbruch dann kann ich das abbinden und starten dann fängt er hinten an und dann könnte er auch bis 100% eingestellten ballenbruch warten und dann wird das automatisch ausbögen ich brauche nur anhalten, ich brauche nicht rückwärts fahren und dann lasst das fest nach einer phase jetzt in der phase so und dann kann ich das jetzt einmal zeigen jetzt wir haben einen Handproduz automatisch machen wir der so schnell dass ich es nicht zeigen kann so und bestätigen dass er den ballen hinten runterschmeißt wenn ich ihn klicken will macht er dann natürlich den automatischen heckkappen auf drück den ballen raus schiebe den ballen auf den tisch schieße die heckkappe wieder nach dem punkt nach dem automatischen modus mit dem wickeln runterschmeißen eigentlich alles selbst wenn man das gerne haben will und sich nach dem punkt schon weiter fahren ich brauche auch viel zu weit fahren weil durch die aufnahme auf den wickeltisch hinten den abstand gebracht ist die statisch die wir So, falls es gut ist, dass es bei beiden zusammenliegen ist, Drei Sekunden. Ja, zack und fertig. Dann war der letzte Ball, hat auch genau gepasst, also ist nicht weniger Sturm als die anderen. Kein halber Ball übrig geblieben, da hinten steht der 110er, vor der Presse immer noch der 90er, da haben viele gefragt, warum läuft der 110er denn nicht vor der Presse, hat zweierlei Gründe, der 110er stand jetzt sechs Jahre in der Scheune, nicht bewegt und da fehlt noch so ein bisschen Service wie Ventile einstellen, mal Getriebeölwechsel und etc. pp. und er hat noch keinen drucklosen Rücklauf, das ist das was ich für die Presse brauchen würde, um ihn damit zu betreiben. Aber wie gesagt, jetzt sollte er erstmal mitlaufen und vom Schwader sieht er auch ganz ordentlich aus. So ist er, da hinten ist er. Und dann weiß ich über den Winter was ich dran machen muss und dann wird das auf jeden Fall nächstes Jahr der Schlepper für die Presse. Mit dem DX90, das geht, habt ihr ja gesehen jetzt. Man merkt aber, er kommt zwar an seine Grenzen, wenn er nicht die richtige Drehzahl hat und sobald er irgendwo ein bisschen feuchteres Schwad kriegt, dann geht er mit der Drehzahl runter und wenn er nicht genug Drehzahl hat, ist mit der Hydraulik ein bisschen Förderleistung grenzwertig. Aber das soll ich mich zum nächsten Jahr alles vernünftig hinkriegen. Genau. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Dann fahre ich mit dem Schwader nochmal los schwaden. Die beiden kleinen Hektas da noch. Und dann schauen wir mal, ob wir die Ballen hier heute Abend noch abholen. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 14, 15, 16, 16, 17 Ballen, wenn ich mich nicht verzählt habe, kriege ich in einer Ladung mit. Das läuft ja, dann ruhig ich die heute Abend mal abholen. Das ist ein Thema gegessen hier. Jo, bis dahin. Vier-Über-Über und Millennativen Tschüss. Musik 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 Ja, moin. Es sind ein paar Tage vergangen. Ich war wieder mit Ballenfahren beschäftigt und ein anderes Ding. Ich sage mal, die Heusaison wird jetzt so ziemlich rum sein. Dass ich endlich mal auf dem Hof so ein bisschen zu Potte kommen musste. Rasen mähen. Rasen wächst mir über die Ohren und Mist wegfahren und der ganze Krimskram ist da auf dem Hof sonst liegen bleibt. Deshalb habe ich auch beim letzten Mal die Presse einfach nur so weggestellt. Nachbereitung steht eh noch aus. Also steht normalerweise hier unter dem Schleppdach. Da steht die andere Presse jetzt auch. Und ja, die muss ich auf jeden Fall noch auspusten, auspressen, einmal für den Winter fertig machen und abschmieren. Ja, aber ein paar Sachen wollte ich vorher noch zeigen. Wie gesagt, ich habe links und rechts so ein Fach. Da sind jetzt noch die leeren Packungen drinne für die Folie. So kann man es sehen. Für die Folie passen links vier Folien, rechts vier Folien. In der Mitte die beiden, da passen sie auch mit Karton rein. Äußerst rechts und äußerst links passt das dann eben nicht mit diesen Kanten hier. Da passt nur die leere Rolle dann, oder die Rolle unverpackt rein. Ist aber auch halb so wild. Sprich, acht Rollen hier plus zwei Rollen eingebaut, sind zehn Rollen, die man dann eben bei haben kann. Das ist schon mal ganz ordentlich. Ja, Zwillingsbereifung hatte ich gezeigt. Technik. Wir haben ja schon gemeinsam reingeguckt, aber ich kann ja noch mal ein paar Detail aufmachen. Wie gesagt, nachbereiten muss ich sie halt noch. Ja, hier haben wir den automatischen Schmierer, der funktioniert mit Hub. Wenn die Heckklappe einmal aufgeht, habe ich hier einen Zylinder drinne, der dann quasi einmal Druck aufbaut. Und über dieses Ventil einmal eine Portion auf alle Ketten drückt. Also jede Heckklappenöffnung schmiert einmal alle Ketten. Ja, Pickup, wie ein Pickup halt funktioniert. Zusätzlich habe ich, das gab es bei alten Presse noch nicht, hier so eine Schnecke. Sprich, hier und da drüben sind halt so eine Schnecken, die das dann quasi in der Mitte befördern, dass es vernünftig in die Ballenkammer kommt und der auch eckig wird der Ballenschneidwerk. Ist da drunter, habe ich jetzt rausgeklappt. Hätte ich aber auch. Aber ich glaube nicht, dass ich das für meine Zwecke jedenfalls brauche. Das macht ja wirklich nur bei Pferden und Silage Sinn. Ja, was für Anschlüsse habe ich noch? Einmal Hydraulikdruck und drucklosen Rücklauf. Der kommt dann quasi jetzt auf der Rückseite der Presse hier unten an. Bei dem Kasten. Ich drehe mal die Kamera. Bei dem Kasten. Das ist quasi auf der Höhe des Ballenwicklers. Und hier drüber werde ich dann auch im Winter wahrscheinlich noch mal genauer zeigen. Hier sind die ganzen elektrischen Steuergeräte drin, die dann die Heckklappe öffnen. Die Bügel hier unten dann halt. Also unter der Heckklappe ist einer, der den Ballen rausschiebt. Dann liegt er hier in der Mitte quasi drauf. Schiebt mit dem Bügel eins weiter, dass er auf dem Wickeltisch liegt. Der Wickeltisch stellt sich gerade. Da oben zwei Arme. Dreht sich der ganze Zwei-Arm-System. Je nachdem, wie du einstellst, wie oft und wie viel Wicklung. Und dann, wenn er fertig ist, löst der Folienabschneider hier und da drüben dann quasi aus. Öffnet sich einmal. Der Wickelarm dreht sich dann quasi in Position. Schneidet ab. Und dann fällt der Ballen da hinten runter, so wie ihr das gesehen habt. Insgesamt habe ich so jetzt um die 200 Ballen da mitgemacht. Also funktioniert tadellos. Ab und zu spinnt man einen Sensor. Das wäre nochmal so ein Punkt für den Winter, dass ich ein paar Sensoren tausche. und technisch gesehen würde ich nur am Pick-up nochmal die Augen. Da sind die Querstangen, wo die Zinken drauf sind vom Pick-up. Die Augen, die in die Tragscheibe quasi reinkommen, die sind ziemlich ausgeschlackert. Da gibt es Hülsen für. Oder ich tausche die ganzen die ganzen ja die ganze Tragscheibe. Also auf der linken Seite hier ist das am meisten verschlissen. Dass ich dem nochmal beikomme, profilaktisch. Und ein Lager bei einem Zahnrad muss ich von einem Kettenspanner da muss ich nochmal ran. Das schlackert so ein bisschen hin und her. Also das Zahnrad ist gut, aber das Lager selber hat sich so ein bisschen aufgelöst und dadurch, weil das halt nur da drauf sitzt, verkannte das immer so ein bisschen. Auch nichts Dramatisches. Da müsste ich mal ran. Und das eigentlich größte Problem, da war ich jetzt sogar schon zweimal dran, habe ich hier unten in der Mitte einen kleinen Aluhydraulikblock, von dem der Folienabschneider quasi seinen Hydraulikdruck verteilt. Und da habe ich eine Undichtigkeit drin. Deswegen habe ich ganz oft das Problem, dass Folie, Folienschneider abgeschnitten, Heckklappe ist ja sowieso schon zu, ich fahre weiter und bis ich dann halt die nächsten Ballen fertig habe, fällt der Druck halt ab, dass ich auf dem Folienabschneider keinen Druck mehr habe und dann das nächste Mal, wenn der Ballenwickler startet, die Folien halt immer rausrutscht. Das ist ein bisschen nervig gewesen, sprich, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran. Auch die Messer vom Folienabschneider nochmal schärfen und dann ein bisschen fein justieren, damit das alles ein bisschen reibungsloser funktioniert. und was will ich noch machen, hier oben, da sitzt eine Kamera und das ist auch so ein Punkt, den ich auf jeden Fall angehen werde. Also ich habe die Kamera nicht angebaut, die war schon dran und habe jetzt das passende und habe jetzt das passende Bedienteil dazu und eine weitere Kamera, weil man kann echt schlecht sehen, was hier hinten auf dem Wickeltisch passiert. Wenn man mal doch eine Fehlermeldung kommt und dann schnell in Handbetrieb quasi umgeht, man weiß, man muss jedes Mal aussteigen, um zu gucken, was hier hinten los ist. Ich fahre ja schon oder bin jetzt schon immer sehr oft gefahren mit Klappe auf, dass man so ein bisschen vorbeischielen kann, aber du siehst halt nicht, wie die Arme hier unten stehen, gerade in welchem Prozess der Ballen quasi stecken oder nicht stecken geblieben oder gerade halt steht. Um das ein bisschen besser im Blick zu haben, kommt auf jeden Fall noch die Kamera mit rein, dann in die Treckerkabine. Ja, das sind so die Punkte, die ich auf jeden Fall noch machen will und muss. Das sind die Winterprojekte dann für die Presse, damit ich im nächsten Jahr ganz gediegen damit wieder in die Saison starten kann. und wie gesagt, 200 Ballen hat sie gemacht, 500 Ballen mache ich oder habe ich dieses Jahr insgesamt gemacht, ganz knapp, 400, ich kann mal ungefähr überschlagen, müsste so 480 sein. 540 bräuchte ich eigentlich, aber das Jahr hat ja schon angefangen und naja, zukaufen kann man immer noch, also das sollte ungefähr erst mal so reichen, um in den Winter reinzugehen. vielleicht verbrauche ich auch gar nicht so viel. Das muss man dann sehen, wie viel man einstallen muss, wie viele Pferde man auf den Wiesen lassen kann. Isländer sind ja extrem robust, aber irgendwann muss man die dann halt auch mal ran und mit reinholen und dann fressen sie halt mehr Heu, als wenn man sie auf der Wiese ein bisschen zufüttert. ja, genau, so sieht's aus. Ja, vorgezehrt hatte ich einen Hoflader jetzt einmal, ich kann immer wieder nur sagen, Weidemann, das ist es. da, also, ich weiß nicht, wie das vorher und jetzt auch dann zukünftig ohne funktionieren könnte. naja, also was ich noch vergessen habe, vielleicht auch mal interessant zu sehen, ich kann den Pick-up ausrücken, also quasi, ne, an dem Hebel hier an der Seite, hier läuft die Welle lang mit dem Antrieb für den Pick-up und die Schnecke, die ich gerade vorgestellt hatte. und dann kann ich mit einem großen Schlüssel an der Seite ansetzen, da, so sieht's man's, und dann kann ich die ganze Schnecke und den Pick-up rückwärts drehen. Hatte ich auch einmal schon, dass ich mich verschluckt habe, in Anführungszeichen, ne, zu viel Geschwindigkeit, zu viel Schwatt. Und, naja, dann kann das schon mal sein, dass dann der Scherbolzen kommt, der sitzt dann quasi diametral auf der anderen Seite und dann, ja, ist guter Rad teuer, aber das kann man dann halt rückwärts drehen, das quasi ein bisschen Druck entlasten, äh, rauspulen, klar, ist ne scheiß Arbeit, ähm, aber man kommt dann wenigstens der ganzen Sache bei, ne, man muss da nicht den ganzen Ballen dann raus und von hinten irgendwie anfangen, das funktioniert so ganz gut, genau. Ja, ansonsten, ähm, wenn ihr Fragen zu Presse habt, könnt ihr gerne fragen, äh, ich bin ja jetzt quasi immer live dran, ähm, ich werde sie die Tage mal nochmal schön sauber machen, ausblasen, abschmieren, ähm, und dann kommt sie mit in die Werkstatt. In der Werkstatt, ähm, hab ich gerade den 110er schon, da hab ich weitergemacht, das ist natürlich duster jetzt hier drin, aber man kann es erkennen, die Fronthydraulik ist wieder dran, ähm, ähm, ja, ähm, sieht besser aus, Punkt, ja, dass der Scheinwerfer so ein bisschen verdeckt ist, das gefällt mir auch nicht, ähm, und das Kennzeichen sieht man auch nicht wirklich, das kann man aber ändern, und das wird auch noch geändert, ähm, wichtiger ist beim 110er aber auf jeden Fall der drucklose Rücklauf, weil der ja dann schlussendlich vor der Presse laufen soll nächstes Jahr, die Einschraubverschraubung, äh, dafür hab ich schon, ähm, ich hätte auch einen passenden Schlauch da, der ist mir aber vom Durchmesser zu knapp, wenn man guckt, wie dick, in Anführungszeichen, der drucklose Rücklauf bei der Presse ist, ähm, dann macht das keinen Sinn, sich am Ende so ein dünnes Ventil quasi draufzusetzen, ähm, wie gesagt, das nenne ich mal einen Schlauch hier, und, ähm, ja, ungefähr in der Größenordnung hätte ich dann auch gerne den drucklosen Rücklauf, ne, ähm, umso weniger Kraft es braucht, dass er den Druck wieder los wird, umso weniger heiß wird's, umso weniger schäumt's, und umso mehr Leistung hab ich, ähm, ja, auch für den Ballentwickler und alles, was damit angetrieben wird, ne, ähm, so meine Idee, denn der Hydraulikdruck beim DX90 zumindest, aber der 110er hat ja eigentlich den gleichen, ähm, ist ja auch nicht unendlich, ne, das darf man ja auch, muss man ja auch ein bisschen bedenken, und dann kamen noch Fragen, was ich jetzt mit der Belgerpresse da hinten mache, mit der alten, ähm, weiß ich nicht, also, ich hab sie tatsächlich bei kleinen Anzeigen reingestellt, erst mal, ähm, weil, ich den Platz nicht habe, und, zwei Pressen schaffe ich's nicht gleichzeitig loszufahren, ich bin halt immer alleine, ähm, ich will's aber auch nicht verschenken, sprich, wenn sich einer findet, der die haben will, für einen angemessenen Preis, wie gesagt, die ist einsatzbereit, Pickup ist alles neu, ähm, tadellos, ähm, klar, jede Maschine hat immer so seine, äh, hier und da, und Eigenarten, muss man halt kennen, aber man kann damit losfahren, und pressen, und, wenn sich keiner findet, dann bleibt sie halt stehen, dann bleibt sie als Reserve, äh, Maschine stehen, denn, äh, Brot frisst das Ding ja nicht, wenn's hier bleibt, ne, nur Platz, ja, das soll's aber zu dem Video gewesen sein, wenn ihr Fragen zur Press-Wickel-Kombination habt, schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt, wie ich den drucklosen Rücklauf beim 110er nachrüste, ähm, dann gerne beim nächsten Mal wieder, und dann sag ich, vielen Dank fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.